Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Deinem Podcast, der dir und deinem Kind zum nächsten Entwicklungssprung verhilft. Mein Name ist Gunnar Frey, ich bin Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin und meine Passion ist es, Kinder in ihre Kraft zu führen und damit auch dich in deine Kraft zu führen. So schön, dass du wieder da bist. Wir sind in der Themenreihe Spiritualität und Kindererziehung und ich bin sehr erstaunt über die vielen großartigen Rückmeldungen, weil ich am Anfang schon, muss ich gestehen, etwas unsicher war, ob das für die meisten irgendwie spannend ist oder ob alle dann sagen, boah, Gunnar, hör doch auf damit. Und heute möchte ich euch einladen, dich einladen, einen Schritt weiter zu gehen. Das heißt, wir gucken uns heute zusammen ein Tool der Spiritualität an, nämlich die Meditation. Und wenn du magst, darfst du am Ende einen kleinen Versuch der Meditation mit mir zusammen machen. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Also erstmal viel Freude jetzt beim Hören und danke, dass du da bist. In den letzten Folgen ging es ganz viel um das inhaltliche Verstehen von Spiritualität. Was ist das überhaupt? Die Essenz, wer bin ich? Wer sind unsere Kinder? Und so weiter. Und jetzt möchte ich es auch ein bisschen praktisch werden lassen. Und ein Tool, ein Werkzeug der Spiritualität ist die Meditation. Andere nennen das vielleicht Gebet und wieder andere nennen das, keine Ahnung, wieder anders. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe verschiedenerlei Dinge ausprobiert. Davon möchte ich dir jetzt im ersten Schritt erzählen. Dann erzähle ich dir, was Meditation im klassischen Sinne eigentlich ist und was es nicht ist. Und dann würde ich einfach mal eine kleine Mini-Mini-Mini-Meditation anleiten. Und du fühlst mal rein, ob das vielleicht ein Weg ist, der dir hilft, gerade in diesen sehr besonderen Zeiten, mehr zu dir selbst und in deine Mitte zu kommen und damit etwas mehr Frieden und Leichtigkeit in deinen Alltag zu bringen. Mein eigener Weg, was das angeht, ist erstmal sehr religiös geprägt. Ich bin ja sehr christlich aufgewachsen in einer Freikirche. Aber da habe ich schon etwas gelernt, was mir, glaube ich, bis heute hilft, weil dort wurde nicht ein Gebet abgelesen oder ein vorgefertigtes Gebet gesprochen, sondern wir haben in dieser kirchlichen Gemeinschaft mit Gott oder, wie man das auch mal bezeichnen mag, so geredet, wie ich jetzt mit dir rede. Also ein Tischgebet konnte mal so ein vorgefertigter Spruch sein, aber es war vielmehr immer ein direktes Ansprechen, auch in der Kirche selber. Wenn jemand nach vorne gegangen ist, dann ist er ans Mikrofon gegangen und hat gesagt, lieber Vater, ich danke dir, dass ich heute Morgen hier sein darf. Ich danke, dass die Sonne scheint, dass es uns so gut geht und du siehst allen, denen es jetzt nicht so gut geht und wir bitten dich von Herzen, dass du ihr Herz erleuchtest und dass du mit deiner Liebe bei ihnen bist. Und dann kam ein Abend. Das war zum Beispiel eine Form von Gebet und das habe ich sehr genossen, weil das immer etwas ist, etwas Persönliches und etwas, was aus dem Herzen kommt und nicht aus dem Kopf. Und dann habe ich, wer meine Geschichte kennt, das wäre jetzt hier zu viel, der Religion mich abgewendet, den Rücken gekehrt, so heißt es und hatte so eine Lost-in-Space-Lebensphase und bin dann zurückgekehrt zur Spiritualität und habe dann vieles ausprobiert. Dann hieß es ja, also beten ging ja nicht mehr, weil ich diese Form von der Religion nicht mehr wollte. Und dann hieß es immer, du musst meditieren. Und dann habe ich alles versucht. Ich habe mir so ein Sitzkissen gekauft und ich habe verschiedene YouTube-Meditationen mir angetan. Und dann hieß es immer, du musst die Gedanken immer ziehen lassen und wenn sie kommen, dann schiebe ich sie immer weg. Und das Sitzen in dieser Sitzposition, die so die Meditationssitzposition ist, da hatte ich hinterher Knieschmerzen und ich habe gemerkt, boah, es geht irgendwie alles gar nicht. Und das hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich so gedacht habe, ja, wie bescheuert ist das eigentlich? Weil ich im religiösen Sinne habe ich das geschafft, mich völlig frei zu machen von diesen Normen, wie man betet, ja, weil ich es einfach anders gelernt, erfahren und gelebt habe. Und jetzt, wenn es dann um Meditation geht, dann auf einmal versuche ich, alle Normen, was alle anderen sagen, zu etablieren, anstatt einfach meine Form zu finden. Und an meiner Form lasse ich euch heute teilhaben mit der kleinen Meditation, die ich am Ende mache, wo du herzlich zu eingeladen bist. Aber soviel jetzt mal zu meiner kleinen Geschichte. Die soll dich einladen zu sagen, hey, es ist völlig egal, ob du betest, meditierst oder wie auch immer du das nennst, welchen Begriff du dafür hast. Das Wichtigste daran ist, dass es dir entspricht, dass es deine Art und Weise ist, wie du es füllen kannst, wie du es fühlen kannst. Was ist jetzt der Sinn von einem Gebet oder einer Meditation? Wenn man Wikipedia fragt, dann ist es da ganz einfach. Nach Meditation heißt nachdenken, nachsinnen, überlegen, die Mitte finden. Und das, wenn man das so nimmt, ist es zum Beispiel weit entfernt von, du darfst nicht denken. Viele denken ja, beim Meditieren darf ich meine Gedanken nicht zulassen. Für mich ist es genau das Gegenteil. Es ist aus wie einer Vogelperspektive deine Gedanken angucken und sie zulassen. Und im Prinzip habe ich früher, als ich gebetet habe, nichts anderes getan. Bevor ich solch ein Gebet laut ausgesprochen habe, habe ich genau das gemacht. Ich habe reingefühlt, nachgesandt, habe geguckt, was ist denn überhaupt da. Und dann kam ein Gebet daraus. Wofür ist das gut? Ich glaube, gerade in unseren Zeiten, die gerade so aufrührend und unsicher sind, ist es wichtig, seine Mitte zu haben, zu kennen und immer wieder zu ihr zurückfinden zu können. Und vielleicht auch auf eine ganz andere Art und Weise darüber, Jan, zu sinnieren können, weil darin liegt für mich der Fels in der Brandung. In meiner Mitte ist alles, was ich brauche fürs Leben. Und wenn ich es schaffe, mich regelmäßig in diese Mitte hinein zu fokussieren, hineinzuschauen, wer bin ich oder was ist da. Stell dir vor, für mich ist das wie ein Baum, der seine Wurzeln ganz tief in die Erde gegraben hat. Und im Alltag oben zerrt der Wind und der Sturm an den Ästen und es kommt der Regen und es ist ungemütlich und das ist der Alltag. Und wenn ich meditiere, dann konzentriere ich mich auf die Wurzeln in der Erde, die mich nähren und pflegen und der Blick geht weg von dem Außen, von dem Wind, von dem Sturm, von dem Regen, von der Sonne, die zu heiß ist, whatever. Und ich gehe in die Mitte, in die Wurzeln, in die Kraft meines Seins und kann dadurch auch wieder jedem Wetter und jeder Situation strotzen. Und wenn Spiritualität die Frage beantworten soll, wer bin ich, dann ist die Meditation ein Tool, dahin zu kommen, zu gucken, wer bin ich denn eigentlich. Und wenn die Essenz der Spiritualität die Liebe ist, dann ist die Meditation eine Möglichkeit, sich immer wieder in dieser Liebe zu verankern und sie groß werden zu lassen in deinem Herzen. Und insgesamt ist alles ein Prozess, ein Lebensfluss, ein Wachsen, ein sich weiterentwickeln, weil hättest du mir noch vor einem halben Jahr mal gesagt, Gunnar, nimm doch mal eine Meditation im Podcast auf, da hätte ich gesagt, du hast doch nicht alle Latten auf dem Zaun. Und jetzt bin ich selber in einer Phase, wo ich merke, dass mir es ungemein hilft, zu meditieren, zu beten, in meiner Art und Weise, in meiner Form. Nein, ich sitze nicht auf dem Sitzkissen. Manchmal gehe ich dabei, manchmal liege ich noch in meinem Bett. Es ist immer gemütlich, es ist immer schön. Denn das Einzige, worauf man wirklich achten sollte, das ist, dass so wenig Ablenkung wie möglich ist, dass man so richtig in sich hinein eintauchen kann, um dann auch dahin zu spüren. Das ist jetzt nicht so zwingend notwendig, weil es sonst nicht funktioniert, sondern weil es am Anfang Übung braucht. Also es gibt ja auch eine Gehmeditation, das heißt, ich gehe und meditiere dabei. Da habe ich ja auch Ablenkung, da kommen mir Leute entgegen, da ist Vögelgezwitscher und sonst was. Für mich geht das auch wunderbar. Aber diese Kunst, sich immer wieder zu fokussieren, die übt und lernt man halt besser, wenn man es erst mal macht ohne Ablenkung. Und hier möchte ich jetzt mit dir die Dinge teilen, die für mich in Meditation oder Gebet wichtig geworden sind. Wie gesagt, das sind meine Rahmenbedingungen und mir ist wichtig, sie nicht als nur so geht es zu formulieren, weil genau dieses nur so geht es hat mich so lange davon abgehalten, dieses wunderbare Tool zu nutzen, um mich wieder zu erden und in meine Mitte zurückzubringen. Also für mich ist es wichtig, dass ich das in einem Raum tue, in dem ich mich wohlfühle, an einem Platz, in dem ich mich wohlfühle, wenn es in einem Raum ist, dass ich so dafür sorgen kann, zu sagen, diese 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten gehören jetzt mir, ich werde möglichst nicht gestört. Das ist mal der äußere Rahmen. Der weitere äußere Rahmen ist, ich sitze, stehe, liege, gehe so, wie es mir gut tut. Und das ist jedes Mal anders. Für mich gibt es keine Meditationshaltung. Ich habe jetzt ein paar Meditationen mit Veit Lindau gemacht und da gibt es auch aktivierende Meditationen, eine lustige Schüttel-Meditation und eine Schrei-Meditation. Also es gibt keinen festen Rahmen. Es gibt das, was dir gut tut. Und manchmal gibt es das, was ein Thema ausmacht und deswegen notwendig ist. Also wenn man etwas löst, dann kann das schon mal sein, dass es gut ist, sich zu schütteln, zu stampfen oder was auch immer. Vom Inneren her gibt es für mich einen Ablauf, der dir vielleicht helfen kann, wenn du das mal ausprobieren willst, vielleicht auch ohne, dass jemand labert und dich führt, sondern du das ganz selber für dich ausprobieren möchtest, ist erstmal das Nach-Innen-Kehren. Das geht am einfachsten, indem man auf den Atem achtet, einfach dem Atem zuguckt, wie er passiert, wie es ein-, ausatmet und auch tiefe Atemzüge zu nehmen. Am Anfang kann man die auch einfach zählen, um da reinzukommen. Der zweite Schritt ist für mich wahrnehmen und der dritte akzeptieren. Das heißt, wenn du dann atmest und da kommen irgendwelche Gedanken und du denkst an die Einkaufsliste und du denkst an dieses und jenes und was du noch tun musst, dann geht es darum, das dir vorzustellen, dass es im Prinzip wie auf einer Kinoleinwand ist und du nimmst es wahr und sagst, ja, das bin ich und das macht mich aus und das ist gerade meine Lebenssituation oder das ist gerade mein Körper und das ist gerade mein Gefühl und das fühlt sich so an. Und der zweite Punkt ist es dann zu akzeptieren. Da gibt es viele Missverständnisse für mich beim Meditieren. Ich dachte früher immer, ich muss es schaffen, an nichts zu denken und dann immer alle Gedanken wieder begrüßen und wegschicken, hieß es immer. Ich finde, dieses Akzeptieren und zu sagen, ja, schön, dass du da bist, schön, dass du dich zeigst und auch diese akzeptierende Haltung und wenn ich dann an all meine To-Dos denke, geht es um die Akzeptanz zu sagen, ja, ach, guck mal, spannend, das macht mich gerade aus. Ich bin gerade die, die tausend To-Dos im Kopf hat und da hinzugucken und sagen, ja, es ist in Ordnung. Und in der kürzesten Form von Meditation hat es dann noch den dritten Schritt, den positive Blickrichtung. Das ist etwas, was ich früher viel trainiert habe und mit meinen Patienten in der psychotherapeutischen Praxis viel trainiert habe, was auch Teil meines Online-Programms Dein Weg in deine Großartigkeit ist, immer das Gute zu sehen. Das kann man trainieren und es ist inzwischen eine Haltung und diese Haltung der Liebe und Positivität ist der dritte Schritt, dass ich mein Leben dahin ausrichte. Das heißt, nachdem ich wahrgenommen habe und akzeptiert habe, entscheide ich mich für Licht, Liebe, Freundlichkeit, für eine Verwurzelung tief in der Erde, das, was gerade angesagt ist, eine Zentrierung in meine Mitte. Und da gibt es verschiedene Techniken, die man nutzen kann, sich Licht vorstellen, in das Herz einatmen, sagen, ich entscheide mich für Liebe. Also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Manche mögen gerne Musik dazu, andere mögen still dazu. Auch das ist kein Muss. Es ist alles ein Kann und es geht darum, dass du dich darin wohlfühlst. Ich weiß, früher war es für mich eine Art der Meditation, in den Gottesdienst zu gehen. Wir hatten eine erste Stunde und eine zweite. In der ersten gab es das Abendmahl. Und es war eine Stunde, die überhaupt nicht vorbereitet war, sondern jeder, der was auf dem Herzen hatte, ging nach vorne und sprach das halt ins Mikrofon. Das hat mir sehr wohlgetan. Und für mich war es eigentlich die Zeit, da zu sitzen, in mich hineinzulauschen und zu gucken, was da ist. Und es war meine Form von Meditation, in den Räumen der Kirche zu sitzen. Und in einer späteren Phase, wo ich eigentlich schon der Religion den Rücken gekehrt habe, habe ich trotzdem die Kirchenräume aufgesucht, weil die für mich diesen Rahmen gegeben haben, der inneren Mitte und der inneren Ruhe. weil ich das in meiner Kindheit und Jugend irgendwie so trainiert hatte. Also auch da, es ist das, was für dich gut ist, an Rahmen, an Raum, an Begebenheiten. Für mich war dann die Orgelmusik, die mein Herz in die Mitte gebracht hat. Es ist das, was für dich gut ist. Das ist der Weg, den du gehen solltest. Wenn du ihn gehen magst. Und wenn du das mal ausprobieren willst, darfst du das gerne jetzt mit mir zusammen ausprobieren. Dann wäre es gut, wenn du dir jetzt einen Raum suchst, der für dich sich richtig gut und wohl anfühlt. Und wenn es im Auto ist und wenn du merkst, okay, jetzt gerade ist gar nicht die Zeit, dass du das tun kannst, dann halte hier vielleicht den Podcast an und höre weiter, wenn du genau da bist, wo du sagst, hier ist meine Ruhe, hier ist meine Energiequelle oder hier fühle ich mich einfach wohl. Egal, ob du im Auto sitzt oder auch beim Bügeln kann man meditieren. Auch das, vielleicht sollte man nur dann Dinge bügeln, die nicht anbrennen können. Es geht um diese Vorstellung und dieses nach innen kehren. Ja, also wenn du magst, dann sorge jetzt für diesen Raum und diesen Rahmen, den äußeren Rahmen, dass du nicht gestört wirst. Fünf bis zehn Minuten, wir machen es wirklich ganz kurz und dann würden wir gemeinsam mal eine Reise wagen. und ich mag diese kleine Meditation, dein Weg in deiner innere Mitte. Okay, los geht's. Such dir einen Platz, an dem du dich wohlfühlst. Der kann im Stehen, im Liegen, im Sitzen sein und nimm diesen Platz ein und guck nochmal, ob du so sitzen, liegen oder stehen magst für die nächsten zehn Minuten. Verändere an der Position noch alles, was notwendig ist, damit du dich richtig wohlfühlst. Super. Schließe sanft die Augen und lausche deinem Atem. Schau zu, wie sich sanft dein Brustkorb hebt und senkt, der Atem in dich einfließt und wieder ausströmt. Und mit jedem Atemzug wirst du entspannter und du fühlst die Unterlage unter dir, den Kontakt zu der Unterlage. Und mit jedem Atemzug wird dein Körper ein wenig schwerer und entspannter und findet immer mehr zur Ruhe. Vielleicht merkst du das, wie es punktuell an der einen oder anderen Stelle schwerer wird oder wie die Hände schwerer werden. Du atmest einfach weiter und nimmst diese wohlige Entspannung und Ruhe in deinem Körper wahr. Nimmst dieses wohlige Gefühl wahr, jetzt in diesem Moment nichts tun zu müssen, nichts denken zu müssen, einfach sein zu dürfen. Und lausch deinem Atem der in deinem Rhythmus geht, einatmen und ausatmen und die Entspannung wahrnehmen. Und nachdem du das jetzt ein paar Mal getan hast, atmest du jetzt richtig tief ein. Am besten durch die Nase und durch den Mund aus. und du stellst dir vor beim Einatmen das Kraft, Licht, Liebe, Sonne einströmt und alles, was jetzt noch stört, beim Ausatmen mit rauspustet. Liebe, Kraft ein und alles, was an Belastung da ist, alles, was einmal raus. Ja, super und nochmal. Ja, und während du so intensiv atmest, kann es sein, dass Gedanken auftauchen. Das ist in Ordnung. Stell dir vor, dass sie wie an einer Leinwand sind, einer Kinoleinwand und du sagst einfach, ja, spannender Film und atme es weiter. Tief ein und tief aus. Und wenn es sich für dich gut anfühlt, dann es ist gut, wenn du alles, was kommt, akzeptierst. Dass du zu allem, was sich zeigt, ein Ja sagen darfst. Ja, das bin ich. Das ist gerade in meinem Leben und es ist in Ordnung, dass es da ist. Okay. Nun atme in deinem eigenen Tempo weiter. Bleibe bei der Achtsamkeit auf deinem Atem und stell dir vor, in dir gibt es eine Mitte, deine Mitte, der Ursprung deines Seins, deine Seelenpower. Wahrscheinlich wird es so in der Herzregion sein. Und sag, da ist der Sitz der Seele. Stell dir jetzt diese Mitte vor. Atme dort mal hin, ganz intensiv in diese Mitte hinein. Vielleicht magst du deine Hand auf diesen Bereich legen, überhalb der Brust zwischen Kehlkopf und Herzregion und mal einfach nur hineinatmen. Sag, meine Mitte. Sehr gut. Und nun stell dir vor, bei jedem Atemzug, den du tust, kommt ein Licht mit ungeheurer Kraft und du atmest es genau, als wenn du es vorstellst, als ein Loch, in dieses Loch hinein, in deine Mitte hinein, dieses Licht von unfassbarer Schönheit, Größe und Stärke. Es hat die Farbe, die genau das für dich beinhaltet. Und jedes Mal, wenn du hineinatmest, dieses Licht, wird deine Mitte größer, sie wird gestärkt, sie füllt sich. Und bei jedem Ausatmen geht alles, was nicht zu deiner Mitte gehört, alles, was nicht zu dir gehört, darf gehen. Und du atmest weiter in deine Mitte hinein, in dein tiefstes Ich, in dein tiefstes Sein und merkst, wie es größer wird und stärker und vielleicht kannst du ein bisschen Kraft fühlen, vielleicht ein bisschen Frieden, vielleicht ein bisschen Liebe, und all das, was sich zeigt, da darfst du hineinatmen und es mit jedem Atemzug größer werden lassen, intensiver, stärker. Und wenn du merkst, bei dir zeigt sich eher etwas wie Angst oder Traurigkeit, dann ist es auch in Ordnung, dann darfst du dir vorstellen, wie du in deine Mitte auch Liebe einatmest und mit dem Ausatmen die Angst kleiner werden lässt und die Traurigkeit, weil in deiner Mitte ist es stark, ist es voller Liebe, in deiner Mitte ist alles da, was du brauchst, um dieses Leben zu meistern. Denn deine Mitte entspringt aus der göttlichen Energie, aus der Quelle der Liebe. Und genau das darfst du dir jetzt weiter vorstellen, beim jeden Einatmen atmest du diese Liebe, diese Ur- Kraft Quelle ein in deine Mitte, stärkst sie und alles, was dich behindert, was dir quer kommt, was sich nicht gut anfühlt, jede Blockade darfst du ausatmen. Und du atmest nochmal ganz bewusst jetzt und ganz tief in diese Mitte, in deine Mitte. Fühlst die warme Hand in der Region und atmest ganz tief ein. Liebe, Licht und Kraft in deine Mitte. Und vielleicht kannst du beim Ausatmen ein Ja sagen. Ein Ja zu dir selbst, ein Ja zu deiner universellen Kraft und Liebe, ein Ja zu deiner inneren Mitte. Mach dies bewusst noch dreimal ganz tief ein. Universelle Kraft und Liebe und aus ein Ja und fühle die Stärke, die Größe, die Kraft, die Liebe in deiner Mitte. Und dann kehre zu deinem eigenen Rhythmus des Atemens zurück. Lausche deinem Atem und fühle in deinen Körper hinein, wie gut es sich anfühlt, in deiner Mitte zu sein, in dir zu ruhen, in dir zu sein, zu wissen, dass alles, was du brauchst, um diese Zeiten gut zu meistern oder überhaupt dein Leben lebenswert und liebenswert zu gestalten, in dir selber wohnt, in deiner Mitte. Und du kannst den Zustand so lange halten, wie es dir jetzt noch gut tut, wo du denkst, ja, das möchte ich noch ein bisschen genießen und dort bleiben. Und wenn du merkst, es ist an der Zeit, wieder hierher zurückzukehren, fängst du an, dich wohlig zu regeln, deinen Körper zu bewegen, die Augen aufzumachen und den Tag oder den Rest des Tages jetzt mit einem Lächeln und anderem sein zu begrüßen und zu sagen, ja, here I am, ready for rumble. Und vielleicht magst du dich nochmal so richtig ausschütteln und bewegen und einfach gucken, was dir jetzt gut tut. Ich danke dir auf jeden Fall für dein Vertrauen und ich habe so gemerkt, eine Meditation zu sprechen ist gar nicht so einfach. Das war jetzt mein erstes Mal. Danke, dass ich dich mitnehmen durfte und ich würde mich natürlich sehr freuen, von dir zu hören, ob das für dich etwas war, was hilfreich und gut war oder du sagst, ach gut, lass das besser, du hast andere Fähigkeiten, bleib einfach bei den Inhalten und mach sowas nicht wieder oder zu sagen, ja, das hilft mir, mach doch die nächsten Folgen, solange es um Spiritualität geht, vielleicht am Ende immer eine kleine Mini Meditation, ja, da bin ich jetzt echt angewiesen auf deine Rückmeldung, ob das gut ist oder ob du sagst, jetzt ist too much oder nicht das Richtige für mich. Ich freue mich auf jeden Fall umfassbar auf jeden Kommentar, jede Rückmeldung, alles, was da ist und freue mich von dir zu hören und wünsche dir eine kraftvolle, bezaubernde Woche in und aus deiner Mitte heraus.